Während die Jubiläums-Staffel von Bauer sucht Frau in den Startlöchern steht, waren Hans und Elke eins der absoluten Traumpaare der vorangegangenen Kuppelshow-Ausgabe. Nun sorgen die beiden für eine große Überraschung und Begeisterung bei den Fans. Punkt Hans und Elke, Bauer sucht Frau Traumpaar von Staffel 19, mit ihrer ruhigen und besonnenen Art eroberten Hans und seine Elke die Herzen der Bauer sucht Frau Zuschauer im Sturm. Punkt der Pferdewirtschaftsmeister aus der Eifel und die Beraterin und aus Unterfranken passen so gut zueinander, dass man es fast gar nicht fassen kann. Punkt Elke erinnert sich, wie alles anfing, ich habe Hans Pfingsten im Fernsehen gesehen und habe gesagt, ja, das ist er. Und ich kann bis heute sagen, ja, das ist er. Ich hatte mit dem Thema Mann eigentlich schon abgeschlossen gehabt. Aber die Ebene, die ich mit Hans aufgebaut habe, die hatte ich bisher nur mit meiner Zwillingsschwester. Punkt rund 400 Kilometer trennen die beiden, und auch, wenn die beiden eine glückliche Fernbeziehung führen, plant Elke ihren Umzug in die Eifel. Überraschung um Narumul und Josef, doch nun sorgen die beiden für eine freudige Überraschung bei ihren Fans, offenbar haben sich die beiden mit einem der Bauer sucht Frau Lieblingspaare aller Zeiten angefreundet, Josef und Narumul. Punkt Kaffeebesuch bei Josef und Narumul, es war sehr schön, schreiben Sie zu einem Foto des in die Kamera strahlenden Quartetts. Punkt in der fünften Staffel von Inka Bauses Kuppelshow lernte die Thailänder Narumul den sympathischen Milchbauern Josef kennen und lieben. Punkt ein Jahr später folgte die Traumhochzeit. Ein weiteres Jahr später kam dann ihre gemeinsame Tochter Jo Rafina zur Welt. Punkt bis heute sind die beiden beliebt, bekamen 2022 sogar ihre eigene RTL 2 Sendung. Nun sind die beiden Superpaare vereint, und sorgen für schwärmende Insta-Kommentare. Das ist ja super, gleich vier sympathische Leute auf einem Bild. Alles Liebe für euch. Spielkarte Herz, Spielkarte Herz, Spielkarte Herz, heißt es da etwa oder, herrlich, ihr vier?